Ja, dann nochmal herzlich willkommen zur ersten Pressekonferenz im Jahr 2023. Ich würde heute und wahrscheinlich dann auch zum letzten Mal die Pressekonferenz beginnen mit dem Thema Corona. Hier ist es so, dass wir im Moment ein sehr geringes Geschehen haben. Wir haben 65 Fälle, die im Moment bekannt sind oder gemeldet sind. Wir haben da auch keine besonderen Schwerpunkte. Einrichtungen sind auch schon seit langer Zeit im Landkreis Ständer nicht mehr geschlossen worden oder mussten geschlossen werden. Auch bei der Krankenhausbelegung gibt es kaum, also in Seehausen gibt es tatsächlich zum Tag heute zwei stationär befindliche Personen mit Corona. Das sind aber auch die Personen im Landkreis Ständer. Sprich, das beruhigt sich auch im tatsächlichen Geschehen sehr. Entsprechend der Landesregelungen und Bundesregelungen, die ja auch angekündigt sind, dass sie viele davon auslaufen, vieles davon zum 31.01., so laufen auch die allgemeinen Verfügung des Landkreises aus, unter anderem zur Isolationspflicht. Die laufen noch bis zum 31.01. und sind dann auch nicht mehr gültig, sodass auch hier dann es wie in Sachsen-Anhalt allgemein keine Regelungen zur Isolationspflicht weiterhin geben wird, und ab dem 31.02. Was Kranken, also das gilt dann natürlich auch für entsprechend, da gibt es ja Abstufungen, was so Bundesfernverkehr, also da gibt es ja verschiedene Maßnahmen, die durch das Bundesinfektionsschutzgesetz weitergeführt werden. Das sind noch bis in den Februar rein Personenfernverkehrmaßnahmen oder auch Besucher von Arztpraxen, Dialyseeinrichtungen, Krankenhäusern, also Gesundheitseinrichtungen, dass die auch in Zukunft dort das Maske tragen weiter bestehen wird. Das sind dann aber eben Regelungen, die der Bund getroffen hat, nicht Regelungen, die jetzt hier im Landkreis stattfinden. Und ich halte das auch für sinnvoll, dann halten wir fest, da geht es um die besonders vulnerablen Gruppen, die dort zu schützen sind. Und wir haben ja nun gerade durch die Krankheitswellen im November und Dezember, jetzt nach den Weihnachten hat sich das ja etwas beruhigt zumindest, haben wir ja gesehen, dass es auch außer Corona noch eine ganze Reihe von Infektionskrankheiten gibt, die uns hier zu schaffen machen und die auch Menschen gefährden. Und deshalb denke ich, macht es auch Sinn, da in den einzelnen Einrichtungen auch weiterhin solche Maßnahmen zu haben. Das läuft bis April, das ist das Bundesinfektionsschutzgesetz, was bis April weiterlaufen wird. Weitere Maßnahmen über das, was der Bund regelt, hinaus gibt es in Sachsen-Anhalt nicht und damit logischerweise auch im Landkreis Städter nicht. Ja, das wäre eigentlich schon die kurze und knappe Übersicht zum Thema Corona. Gibt es da zu fragen? Herr Hartmann, bitte. Ich glaube, ich frage immer wieder gerne nach dem Thema Betretungsverbote. Das ist ja, das Gesetz an sich ist ja ausgelaufen, aber die Verfahren waren ja noch nicht alle abgeschlossen. Wie ist da der aktuelle Stand? Ist das dann einfach fallen gelassen worden oder es muss ja abhandeln werden? Die Verfahren werden irgendwann entweder eingestellt. So hatten wir ja auch schon eine ganze Reihe von Verfahren, die abgearbeitet waren, auch schon im letzten, während des letzten Jahres. Ich kann Ihnen jetzt nicht gerade sagen, ob das jetzt, ob jetzt alle fertig bearbeitet sind oder nicht. Zu Betretungsverboten ist es nicht gekommen. Das kann ich Ihnen ganz klar sagen und wird es natürlich jetzt, also mal davon abgesehen, dass ein rückwirkendes Betretungsverbot auch keinen Sinn macht. Das war aber auch jetzt zu keinem Zeitpunkt absehbar. Das hatte ich ja auch eigentlich immer wieder auf die immer wieder von Ihnen oder auch von anderen gern gestellte Frage auch so regelmäßig beantwortet. Ich denke auch nicht, dass das vor der Versorgungssicherheit da jemals zu einer Rechtfertigung hätte kommen können. Kann ich jetzt aber im Einzelnen nicht beurteilen, weil es im Einzelnen ja gar nicht immer zu der Prüfung auch überhaupt gekommen ist. Beantwortet das soweit Ihre Frage? Dann gehe ich davon aus, Bußgeld auch nicht verhängt im Landkreis Stemmel, also um auch das zu sagen. Weil das gab ja noch eine Diskussion, es gab ja doch Regionen in Deutschland oder auch Landkreise oder Kreispreistädte, die das gemacht haben. In Sachsen-Anhalt ist mir das jetzt nicht bekannt, im Landkreis Stemmel, da gab es jetzt keine Bußgelder in diesem Zusammenhang. Haben Sie da noch die Zahl, wie viele Leute das betroffen hat, die sich nicht haben impfen lassen? Also mir ist, ich habe es jetzt nicht auf genau, aber es waren so circa 500, um die 550 Personen, die gemeldet wurden, waren über die Zeit. Den Abarbeitungsstand hatte ich in der letzten Pressekonferenz. Da hat sich jetzt auch, also haben wir jetzt zumindest nicht nochmal abgefragt, könnte man jetzt nachliefern, aber circa 550 Personen waren das, die wir insgesamt gemeldet bekommen haben von den Einrichtungen, die von der einrichtungsbezogenen Impfpflicht betroffen waren. Das ist eine Frage, die muss ich Ihnen jetzt schuldig bleiben, das können wir im Nachgang, was, also die Frage ist jetzt, was mit denen übrig, oder ob Impfdosen übrig geblieben sind und was dann passiert ist, kann ich Ihnen jetzt nicht sagen, aber das können wir gerne nachreichen. Fakt ist aber, das Impfzentrum ist geschlossen und war ja auch, hatte ich ja auch hier an dieser Stelle das eine oder andere Mal angekündigt, die Bundesfinanzierung ist ausgelaufen und auch die Notwendigkeit einfach nicht mehr da, so, dass Impfungen durchaus bei Ärzten im Allgemeinen, im Allgemeinen bei niedrigen gelassenen Ärzten gemacht werden können. Dann sind wir beim Thema Corona, sehe ich jetzt keine weiteren Fragen. Dann gibt es auch, wir haben ja in diesem Jahr etliche Gesetze, die neu in Kraft treten, oder zum 1.1. in Kraft getreten sind, die auch sehr relevant sind für Menschen oder die im Rahmen der Preissteigerung etc., Heizkosten, Energiekostensteigerung relevant sind. Da ist zum einen natürlich, dass das Bürgergeld eingeführt wird, das betrifft jetzt das Jobcenter eher, da will ich mich jetzt hier an der Stelle nicht weiter zu äußern, aber wir haben natürlich auch das Thema Wohngeld und Wohngeldreformen. Hier ist es so, dass das Gesetz ja sehr kurzfristig im November, meine ich, jetzt auf den Weg gebracht wurde oder beschlossen wurde und dann eben zum 1.1. die Gültigkeit hat. Das führt natürlich zu einer klarerweise sehr hohen Antragswelle. Ich möchte mal ein paar Zahlen dazu sagen. Wir hatten bisher 1.500 berechtigte Personen, wohngeldberechtigte Personen im Landkreis Stemlal und allein in den Monaten November, Dezember haben sich 800 Neuanträge. Aufgrund der Reform gab es 800 Neuanträge. Seitdem kommen in der Woche ca. 125 oder 130 dazu. Also es werden jetzt jede Woche sehr viel mehr. Es ist im Moment so, dass die Anträge, das ist ja vielleicht auch wichtig, können auch in den Gemeinden, werden die auch ausgegeben, bearbeitet werden sie hier beim Landkreis. Das ist insofern, denke ich, wichtig, dass jetzt niemand, um den Antrag abzuholen, ins Amt kommen muss. Man kann es entweder bei den Gemeinden als Formular abholen oder eben auch auf der Homepage des Landkreises runterladen. Einen komplett durchdigitalisierten Vorgang hat sich die Bundesregierung nicht gleich mit ausgedacht und mitgeliefert mit dieser Reform. Das, denke ich, sollten wir einfach insgesamt als Gesellschaft auch in Zukunft mehr im Blick haben, dass, wenn wir solche Gesetze machen, das auch gleich die Lösungen mitliefern. Sonst kommen wir nämlich zu folgendem Phänomen. Wir haben natürlich jetzt nicht, also das ist jetzt eine Antragswelle, die jetzt auch einmal entsteht. Wir erwarten, dass ganz viele davon auch kein Nichtwohngeld berechtigt sein werden. Allerdings kann man das ja auch erst einmal dann feststellen und auch der Antragsteller weiß ja nicht vorher, ob er dann ein Recht auf Wohngeld hat, sondern er weiß es eigentlich erst hinterher, nachdem das geprüft wurde. Insofern kann man nachvollziehendes Leute auch Anträge stellen, die dann bearbeitet werden müssen und dann natürlich erst am Ende rauskommt, ja, da entsteht jetzt keine Berechtigung für Wohngeld. Heißt aber trotzdem, die müssen alle bearbeitet werden. Wir sind jetzt also bei über 1.000 Anträgen insgesamt, wenn Sie jetzt rechnen, 800 plus jede Woche, 120 dazu. Dann kommen wir dahin, dass es im Moment gehen wir von Bearbeitungszeiten bis 6 Monaten aus, bis da alle abgearbeitet sind. Das ist natürlich für die, die es betrifft, erstens sehr ärgerlich. Und auch manchmal sehr schwierig, das auch zu überbrücken. Das Geld wird dann natürlich rückwirkend gezahlt, aber, also von Antragstellung an, aber es ist einfach mit einer, ich habe die Zahlen gerade gesagt, also praktisch mehr als die Hälfte der bisherigen berechtigten Personen kommen jetzt innerhalb der kürzester Zeit, innerhalb von 2-3 Monaten dazu als Antragsbearbeitung und sind danach, und wenn diese Welle jetzt einmal abgearbeitet ist, haben wir natürlich wieder eine andere Normalität, sodass es eben jetzt hier zu einer Spitze kommt, die wir nicht anders abfangen können als auch über Zeit. Es gibt da eine personelle Aufstockung, auch eine zeitweise personelle Aufstockung, aber auch das ist jetzt nicht ein Thema, was jeder mal schnell macht, wo sie mal innerhalb von 2 Wochen ein effizienter, ein effizienter Wohngeldbescheid bei Erarbeitung hinkriegen. Das muss man dazu sagen, was mich jetzt gerade in den letzten Tagen, es gab auch Bürgersprechstunde oder auch in anderen Zusammenhängen das ein oder andere Mal erreicht hat und was auch wohl in den Gemeinden ein Thema ist, dass Menschen Anträge stellen wollen auf Zuschüsse zu Heizkosten. Also wer jetzt eben nicht Gasheizung hat und nicht von der Gaspreisbremse betroffen ist, soll es ja laut Bundesregierung Zuschüsse auch zu Holzpellets oder zu Heizölpreisen geben, weil auch die Preise gestiegen sind in den letzten Monaten. Hier hat die Bundesregierung auch 1,8 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt. Allerdings gibt es bisher noch keine Regelung, wer da konkret berechtigt ist und es gibt noch keine Regelung, wer das Ganze am Ende auszahlt. Insofern kann ich da nur sagen, muss man sich jetzt gedulden. Es ist bis jetzt nicht klar, also die Gemeinden und der Landkreis sind da bis jetzt nicht einbezogen und es ist auch nicht klar, ob jemals die Auszahlung über die Landkreise erfolgen wird oder vielleicht direkt über das Landesverwaltungsamt. Es gibt da noch keinerlei Modalitäten bis jetzt, meines Wissens nach, noch nicht mal zwischen Bund und Land. Also insofern muss man darauf jetzt warten, wie da die genaue Ausgestaltung sein wird. Ich kann nur jedem sagen, behalten Sie Ihre Belege bei sich. Manche reichen Anträge mit kompletten Originalunterlagen ein. Wir geben die dann auch wieder zurück, aber nicht, dass da mal was verloren geht, weil das brauchen Sie auf jeden Fall, Ihre Heizöllieferung oder Ähnliches, damit Sie das auch nachweisen können, wenn dann irgendein Glasbär bekommt, unter welchen Umständen Geld als Zuschuss. Zum Thema Wohngeld. Noch Fragen, bitte. Also bei Heizkosten jetzt, also es gibt, wie gesagt, noch nicht mal eine Regelung, wer überhaupt das bekommt, wer es genau bekommt und unter welchen Umständen. Also beim Wohngeld, Abschlagszahlen sind so jetzt nicht vorgesehen und das Wohngeld ist ja auch eine ergänzende, muss man ja auch mal sagen, das ist ein ergänzender Zuschuss. Es betrifft ja, Wohngeld betrifft nicht die Leute, die Arbeitslosengeld II beziehen, sondern es betrifft ja genau die Leute, die mit geringen Einkommen das jetzt stemmen müssen. Und ja, das ist ehrlich und sicherlich wird sich das auch innerhalb des Amtes auch einiges regeln lassen, aber sie wissen ja auch nicht vorher, wer in welcher Lage ist, sondern diese Anträge müssen jetzt abgearbeitet werden. Also was jetzt Abschläge sind, die Abschlagserhöhungen sind natürlich schwierig, ansonsten sind natürlich Heizkostenabrechnungen auch erst innerhalb des ersten Halbjahres. Was soll ich dazu sagen? Also es sind grundsätzlich, ist es eine ziemlich tiefgreifende Reform, die sehr schnell umgesetzt sein musste. Und das muss man also mit einer Vorlaufzeit von zwei Monaten, also Hartz IV hat, weiß ich nicht, fünf bis zehn Jahre gedauert, bis das irgendwann mal alle Rechtsprechungen dazu gab und bis das mal so funktioniert hat, wie es mal gedacht war. Hier hat man jetzt mit wenigen Monaten es gemacht, auch unter dem Druck natürlich der hohen Energiepreise. Also ich hätte jetzt nicht sagen wollen, macht, wartet mal noch ein bisschen. Aber das führt natürlich zu einer Problematik, zu solchen Wellen, die sich dann auf einmal aufbäumen. Da sind wir auch als Landkreisständer kein Einzelfall. Also Bearbeitungszeiten bis sechs Monaten, das können Sie auch der landes- und bundesweiten Berichterstattung entnehmen. Das ist jetzt, das ist im Moment auch so der Stand, wie er anderswo ist. Sie haben gerade angedeutet, dass möglicherweise viele Anträge da abschlägig beschieden werden müssen. Woran scheitern denn diese Anträge so? Verdienen die Leute dann zu viel oder wo sind die Klippen? Also erstens ganz genau, es lässt sich im Moment noch nicht abschätzen. Dazu müssten Sie erst mal einen gewissen Teil abgearbeitet haben, um zu sagen, da sind so und so viel Prozent sind da dabei. Das lässt sich im Moment noch nicht abschätzen. Allerdings ist natürlich, während viele Leute, die im letzten Jahr vielleicht schon mal einen Wohngeldantrag gestellt hatten, da noch nicht berechtigt waren, wegen eventuell, weil ihre Einkommen entweder zu hoch war oder nicht in diesem Rahmen da viel, wo man eine Berechtigung bekommt. Und ja, also das ist im Wesentlichen eigentlich der Punkt, wenn die Einkommensgrenzen über verfügbares Einkommen, wenn die außerhalb des eigentlichen Rahmens liegen. Dann kommt es ja noch auf Wohnungen und ob man jetzt auch als Eigentümer ist oder Mieter, als Mieter ist es einfacher als als Eigentümer, dann muss man den Lastenausgleich, also das sind sehr, da sind dann wieder die Quadratmeter und solche Berechnungen, die da einfach eine Rolle spielen, Angemessenheitsprüfung etc. Das hat man ja im Normalfall nicht, wenn man nicht Arbeitslosen-G2-Empfänger oder anderweitig über das Jobcenter das bekommt. Das klingt jetzt nach, sagen wir mal, umfangreichen Prüfungsgeschichten. Arbeiten Sie da auch dann mit dem Finanzamt oder mit anderen Behörden zusammen? Nein. Das ist, also das funktioniert ganz normal über den Zusammenhang. Also das wird so geprüft, wie es eben auch bisher ist. Es ist ja nichts Neues, das Wohngeld. Also Wohngeld ist auch bisher gezahlt worden. Das Antrags- und Prüfverfahren im Wesentlichen hat sich da jetzt nicht weiter geändert, außer dass eben auch Grenzen verschoben wurden. Und dadurch jetzt natürlich viele Leute sagen, ich mache jetzt nochmal den Versuch, auch vielleicht unter dem Druck der aktuellen Kosten. Der Einfluss der Kosten ist nicht ganz so hoch bei dem Ganzen. Natürlich die Angemessenheit ist, wie bei auch Arbeitslosen-G2-Empfängern, also ich kann mir nicht die Villa über Wohngeld finanzieren lassen. Das macht auch keiner, aber um das einfach nur mal als so ein übertriebenes Beispiel zu nehmen, auch da gibt es Angemessenheitsgrenzen. die eingehalten werden müssen und dann eben auch so, dann eben die Einkommensgrenzen sind der wesentliche Punkt. Weitere Fragen? Wohngeld, Bürgergeld, beziehungsweise Wohngeld oder Zuschuss? Dann würde ich die Gelegenheit gerne nutzen wollen, dass ein oder andere oder Ihnen vielleicht auch Gelegenheit gegebenen Fragen zum Haushalt 2023 zu stellen, also der Kreishaushalt. Ich möchte ein paar Dinge vielleicht vorab sagen, ohne jetzt in zu große Details zu gehen, weil das Thema selbst kann man eine abendfüllende Veranstaltung, und wir haben darüber mehrere Nachmittags- und Abendefüllende Veranstaltungen mit den Kreistagsmitgliedern ja auch schon geführt. Es ist so, dass der Kreishaushalt im Moment ein Defizit von ca. 18 Millionen hat und dass eine Kreisumlage im Raum steht, also einen Hebesatz auf 48 Prozent zu erhöhen. Das heißt, wir sind jetzt hier bei technischen Details, das heißt, dass über die Kreisumlage die Gemeinden zusammen im Landkreis etwas über 7 Millionen Euro mehr an den Landkreis zahlen müssten als bisher. Da kommen verschiedene Effekte zusammen, also es ist jetzt nicht nur die Erhöhung des Umlagesatzes, sondern auch dadurch, dass die Steuerkraft in den Gemeinden des Landkreises gestiegen ist oder in vielen Gemeinden des Landkreises in den letzten Jahren, im maßgeblichen Jahr 2021 gestiegen ist. Da komme ich vielleicht gleich noch dazu. Wie kommt es zu diesem Defizit? Das ist ja, glaube ich, erst mal die wichtigere Frage. Wir haben natürlich in allen Bereichen mit Kostensteigerungen im Moment auch selbst zu tun. Da kommt eine ganze Reihe von Effekten dann in diesem Zusammenhang dazu. Einerseits hat vor zwei Tagen oder vor drei Tagen hat die neue Tarifrunde im öffentlichen Dienst begonnen. Forderungen gehen von jenseits der 10 Prozent aus, also Lohnsteigerungen von jenseits der 10 Prozent. Wir kennen das jetzt inzwischen ja auch Abschlüsse in anderen Branchen, dass das 10 Prozent vielleicht nicht realistisch ist, aber dass eben doch von mehr als bisher, immer von uns eingeklanten 1 bis 2 Prozent Tariferhöhung auszugehen ist, so dass hier natürlich ein gewaltiger Aufwuchs erfolgen wird, droht aufzuwachsen, sowohl beim eigenen Personal als auch bei dem Personal, was wir gar nicht im öffentlichen Dienst beschäftigen, sondern Personal in Jugendeinrichtungen, Jugendhilfeeinrichtungen oder Heimen, wo ja auch dann die Tarife steigen, was dann am Ende auch zu Kostensteigerungen im Haushalt des Landkreises führt, weil die Entgelte oft dann ja über uns als Land oder aus dem Landkreishaushalt bezahlt werden müssen. Ein zweiter Punkt sind natürlich Energiekosten selbst. Das ist, man muss sich das vorstellen, sind nicht nur die vier Verwaltungsgebäude oder fünf Verwaltungsgebäude, die wir hier haben, sondern es sind natürlich auch sämtliche Schulen, Sporthallen, die in Landkreisobhut sind. Hier hatten wir, haben wir auch im Herbst schon das einen oder anderen Bericht darüber gegeben und auch den einen oder anderen Unmut, gerade was Sporthallen anbetraf. Hier haben wir eine ganze Reihe von Maßnahmen frühzeitig ergriffen, um Energiekosten einzusparen. Ich sage mal, einer der wesentlichsten ist, ab 17 Uhr geht die Verwaltungsheizung auf Nachtbetrieb. Das heißt, ab 17 Uhr ist der zweite Pullover notwendig. Dass die generell gesetzlich vorgeschriebenen 19 Grad auch für uns die Maßgabe sind, dass wir das in den Gebäuden halten. Das haben wir alles auch so umgesetzt. Und insofern haben wir weder was geschlossen, er hat noch keine Schließtage, aber wir haben zumindest die, was Temperaturen und das Einsparpotenzial, vieles davon umgesetzt. Wir werden da auch in den nächsten Wochen nochmal eine Auswertung dann machen können, was mit Heizkosten, welche Effekte das auch im Großen und Ganzen hatte. Da muss man natürlich sagen, das ist auch immer verzerrt durch das, wir haben einen sehr milden Winter bisher. Das kann man natürlich dann auch immer, muss man dann ein bisschen rausrechnen. Der dritte Punkt ist, oder ein dritter Punkt sind Zinsen, die gestiegen sind. Also Zinsen oder die Zinslast wird steigen für die Schulden, die der Landkreis hat. Das wird noch nicht alles in diesem Jahr voll durchschlagen, denn wir haben ja zum Teil langfristig gebundene Kredite, aber das ist natürlich vor einem Jahr einmal noch Geld bekommen für Schulden durch Negativzinsen und jetzt sind wir eben bei zwischen 3 und 4 Prozent neuen Zinsen. Das macht natürlich einen Unterschied aus und wird in der Zukunft einen größeren und weiteren Unterschied auch ausmachen. So, wenn man jetzt zur Kreisumlage, weil hier ja auch vielleicht nochmal zum Allgemeinen, wie funktioniert das System Kreisumlage? Der Landkreis hat drei Möglichkeiten, Einnahmen zu generieren. Da sind Landkreise sehr unterschiedlich zum Bundesland oder auch zu den Kommunen selbst. Der Landkreis hat sowohl einerseits Landeszuweisungen, die sind nicht wesentlich gestiegen im vergangenen Jahr. Er hat die Kreisumlage, die er von den Gemeinden erhebt, um die Leistungen, die auch für den Bürger hier erbracht werden, zu refinanzieren, im sogenannten eigenen Wirkungskreis. Und, und das ist die kleinste Säule, aber sie gehört natürlich auch dazu, durch Gebühren für Leistungen, die wir hier, die wir bringen, also sprich für jede Baugenehmigung, für jeden Bescheid bezahlt man ja auch eine gewisse Gebühr. Das ist aber gemessen am Gesamthaushalt von etwa 200 Millionen natürlich eine kleinere Stellschraube. Damit der Landkreis sich so finanzieren kann, ist eben das System Kreisumlage im Land Sachsen-Anhalt und auch in vielen anderen Bundesländern so eingerichtet. Das heißt, wenn die Gemeinden zum Beispiel höhere Steuereinnahmen haben, steigt ihre Leistungsfähigkeit und dann müssen sie auch herangezogen werden um Leistungen, die der Landkreis erbringt. Es gibt ja eine Aufteilung, es gibt Leistungen, die erbringen Gemeinden und es gibt Leistungen, die erbringt der Landkreis. Beides sind kommunale Leistungen. Also wenn ich schaue auf Themen wie Rettungsdienst, Katastrophenschutz, eine Jagdbehörde, Fischereibehörde, das Fahrerlaubniswesen, all das sind ja Leistungen, die ähnlich wie im Einwohnermeldeamt, was bei den Gemeinden liegt, die ja genauso wichtig und direkt für den Bürger entscheidend sind, wie eben sowas wie ein Einwohnermeldeamt, Personalausweis, alles das, was ich bei meiner Gemeinde regle. Andererseits haben wir aber eben keine Gewerbesteuer, Hundertsteuer oder andere Grundsteuereinnahmen, die der Landkreis irgendwie direkt daran schrauben könnte, erhöhen könnte oder nicht. Jetzt ist es so, dass die Gemeinden im Landkreis selbst nicht auf Rosen gebettet sind und das auch in den letzten zehn Jahren nicht waren. Und dementsprechend man da auch sehr vorsichtig rangehen muss, das zu erhöhen. Nichtsdestotrotz ist die Kreisumlage, also es hat auch schon in den Jahren, in den Jahren zwischen 2015 und 2020 in Landkreisen Kreisumlage-Sätze, Hebesätze gegeben, die deutlich höher waren oder die in der Höhe, wie wir sie jetzt haben, waren. Wir haben im Landkreis Stendal immer die Sondersituation, dass wir keine Rücklagen haben, aus denen man jetzt ein Defizit, was vielleicht in diesem Jahr oder auch im letzten Jahr war, dass man damit ausgleichen könnte, damit haben wir eine Sonderstellung unter den Landkreisen Sachsen-Anhalt. Also es gibt eine ganze Reihe von Landkreisen, die zweistellig und auch jenseits der 20 Millionen Grenze Defizite in diesem Jahr in ihren Haushaltsentwürfen drin haben oder auch in zu beschließenden Haushalten drin haben. Die greifen dann in der Regel jetzt in ihre Rücklagen. Das können sie für ein Jahr machen, das können manche für zwei Jahre machen. Es gibt Landkreise, die haben sehr hohe Rücklagen. Ein berühmtes Beispiel war im letzten Jahr, da hat der Saale-Kreis für seine Rücklagen eine Banklizenz beantragt, damit er das Geld verleihen kann und Verwahrerend gelte sparen, sondern selbst das Geld verleiht. Auch dort gibt es jetzt eben jenseits der 20 Millionen Euro ein Defizit an. Der Saale-Kreis ist der Kreis, wo die Leuner-Werke sind, wo also hohe Gewerbesteuereinnahmen auch über viele Jahre angelaufen sind. Was heißt das oder was hieß das auch in der Vergangenheit? Denn der Landkreis Ständer ist seit 20 Jahren in der sogenannten Haushaltskonsolidierung. Das hat bisher immer zu Maßnahmen gereicht, die dann auch zu einem Ausgleich geführt haben oder zumindest nahezu zu einem Ausgleich des Kreishaushaltes. Zumindest so, wie er eingebracht wurde. Im Ergebnis waren es dann auch in den Jahren seit 2015 oft deutlich negative Jahresergebnisse. Ich glaube, 2019 waren es minus 5 Millionen. Im letzten Jahr waren wir bei minus 11, dann doch über den Nachtragshaushalt auch. Wir laufen hier gerade in Kostensteigerungen rein, ohne dass die Einnahmen sich wesentlich steigern. Wir bezahlen mehr bei den Kosten der Unterkunft. Wir bezahlen mehr bei den Punkten, wie ich eben schon sagte, bei unseren Energiekosten, bei Dienstleistungen, die wir in Anspruch nehmen müssen, Bauleistungen sowieso. Und das führt natürlich dazu, dass wir uns jetzt nochmal genauer Projekte angucken müssen, ob wir sie uns leisten. Und wir haben uns auch viele Projekte angeguckt und vieles ist auch rausgefallen. Vieles, wir bauen ja vor allen Dingen im Bereich Schulen. Verwaltungsgebäude passiert eigentlich seit vielen Jahren so gut wie nichts, weil man auch hier immer zu Recht, denke ich, davon ausgegangen ist, wir sanieren zuerst in den Schulen, bevor wir mit den Verwaltungsgebäuden anfangen. Trotzdem haben wir auch im letzten Jahr viele Maßnahmen streichen müssen und sind auch in diesem Jahr nicht drin, was eben Sanierung angeht. Alles, so kann man es eigentlich sagen, was nicht direkt zu einer Sicherheit, was nicht gleich die Sicherheit von Leuten betrifft oder wirklich ganz extreme Nachteile bringt, muss unter diesen Bedingungen dann auf den Prüfstand beziehungsweise wird dann eben auch mal gestrichen. Also abbröcke in der Putz, so strecklich das ist und so schlimm das dann aussieht in der Schule und aus meiner Sicht auch kein Zustand sein kann, aber das muss dann eben, ist dann noch nicht so lange, dass nicht irgendwie die Sicherheit oder jemand, nur weil es nicht schön aussieht, ist das leider noch keinem Grund. das Geld jetzt auch zu investieren und das meine ich mit keinem Grund, das heißt auch, das würde uns auch, also mir wird jedes Jahr dann auferlegt, eine Haushaltssperre zu verhängen, die genau solche Sachen dann verbietet und das ist dann auch immer mit Voraussetzung, dass wir überhaupt eine Haushaltsgenehmigung bekommen. Das führt dazu auch in vielen Fällen, dass ein Investitionsstau entsteht, der oft am Ende irgendwann mal teurer wird als das, wenn man da regelmäßig was dran machen würde. Einen Effekt haben wir jetzt auch bei einem Verwaltungsgebäude zum Beispiel, wir haben das Hufelandhaus in der Wendstraße ist in diesem Jahr zum Beispiel eine Baumaßnahme, die mit eingeplant ist. Dort ist es so, dass man das seit vielen Jahren immer wieder schiebt und schiebt und schiebt, weil man eben in ähnlichen Haushaltssituationen ist und irgendwann ist es halt der Punkt, wo es dann nicht mehr geht und jetzt muss man eben damit rechnen, dass irgendwann nicht nur der Putz abfällt und wir unten absperren, damit die Autos nicht von irgendwas getroffen werden, sondern jetzt muss man damit rechnen, dass wenn man jetzt nicht handelt, dass dann irgendwann Fenster rausfliegen. Also sprich, das ist jetzt, wir kommen in der Investitionsstau, Macht drängt sich irgendwann so auf und das ist eben auch ein weiterer Effekt, das ist etwas, was man jetzt 20 Jahre vielleicht schieben konnte, aber jetzt eben nicht mehr schieben kann und das wird uns in den nächsten Jahren sicher auch an anderen stellen ja ein. Die Maßnahmen, die begonnen sind, die Schulsanierungsmaßnahmen, die sind, die werden auch weiter durchgeführt. Auch das gehört dazu. Es sind fast sämtliche Maßnahmen, sämtliche Maßnahmen an Schulen sind geförderte Maßnahmen, die auch dementsprechend zu Ende gebracht werden müssen, ohne damit die Fördermittel nicht zurückgezahlt werden müssten. Und es macht auch sicherlich, da stimmt hoffentlich jeder zu, dass es keinen Sinn macht, begonnene Baumaßnahmen jetzt in der Mitte abzubrechen. Was wurde eingespart? Auch da vielleicht noch mal so ein paar Dinge, die auch wehtun und wo man auch schauen muss, was bringt es eigentlich jetzt, das noch weiter zu kürzen. Neben den Baumaßnahmen, die ich jetzt schon erwähnt hatte, Straßenbau ist da übrigens auch noch so ein Punkt. Wir haben Straßenbaumaßnahmen auch im 23er-Haushalt drin. Die hängen aber vollkommen daran, ob das Land, wie im letzten Jahr, wieder Straßenbaumittel zur Verfügung stellt. Wenn das nicht kommt, zweckgebunden da Mittel zur Verfügung zu stellen, dann werden Baumaßnahmen aus 23 nicht umgesetzt, werden viele Baumaßnahmen davon nicht umgesetzt werden können. Weil aus dem Kreishaushalt sind sie so nicht zu finanzieren. Im letzten Jahr hat das Land da recht großzügig, das muss man an der Stelle sagen, Geld bereitgestellt. Ob das in diesem Jahr wieder so kommt, werden wir dann sehen, wenn der Landeshaushalt steht und beschlossen ist. Wir haben auf jeden Fall dafür Vorsorge getroffen, unter dem Vorbehalt, dass es hier im Einnahmen seitens des Landes geben wird. Wir haben, wer sich nachher erinnert, wir haben im letzten Jahr auch in kleineren Summen, muss man dann gerade bei den Freiwilligenleistungen auch den einen oder anderen Ansatz bringen. Wir hatten im letzten Jahr im Zusammenhang mit Schulsozialarbeit auch die Sportförderung von 200.000 auf 170.000 Euro gekürzt. Da ist die Sparkasse eingesprungen oder ab diesem Jahr, also wird die Sparkasse in diesem Jahr ja einspringen und das sicherlich auch weiter tun. Aber das sind so Maßnahmen, die wir ja auf den Weg gebracht haben. Wir haben verschiedene Stellen, auch Einrichtungen der Sucht- und Drogenberatung zum Beispiel, die Anfang 2022 stark diskutiert wurde, auch im Kreistag. Die haben wir uns geklemmt und sehen zu, dass wir es über ein Förderprogramm irgendwo, also von anderer Stelle irgendwie mitkriegen, aber wir werden das nicht als eine Kreisstelle finanzieren können und da auch nicht Zuschüsse an einen Träger geben können. Da hängt es dann eben auch daran, ob man das unterbringen kann in allgemeinen Arbeitsmarktprogrammen oder in anderen Förderprogrammen. Es geht bis hin in so Kleinigkeiten, Reduzierung, Budget des Landrats, also das, ich sage nochmal, Blumensträuße, also die Blumensträuße kaufe ich oft genug selbst, weil das, was da dann ist, auch nicht mehr dazu ausreicht, alle Blumensträuße, die man im Laufe eines Jahres hier hat, zu finanzieren. Ich will damit eigentlich nur sagen, hier werden keine goldenen Wasserhähne verbaut, wie ich es jetzt manchmal, wie ich es manchmal aus so Stadtreten jetzt zu hören bekomme. Wenn Sie durch unsere Verwaltungsgebäude und unsere Schulen gehen, dann sehen Sie nicht goldene Wasserhähne, sondern sehen Sie eben auch abplatzenden Putz. Und das ist schon schwierig als Zustand, aber das ist leider die Realität, die sich daraus ergibt, aus einer sehr starken Unterfinanzierung, die nicht nur der Landkreis hat, sondern auch die Kommunen, die ja jetzt auch durch die Kreisumlage stark belastet werden, wenn es dann so beschlossen wird im Kreistag. Weil die letzte Entscheidung über den Haushalt und damit auch über die Kreisumlage und die Abwägung dazu trifft der Kreistag. Und hier ist bis jetzt vorgesehen, den 23.2. ist der nächste Kreistag, dass es hier auf der Tagesordnung steht. Bis dahin, oder es gab jetzt mehrere Haushaltsklausuren mit den Kreistagsmitgliedern. Und es wird ja auch in der nächsten Woche wieder einen gemeinsamen Ausschuss des Finanzausschusses und Kreisausschusses geben. Wo wir dann da noch mal weiteren, wo vielleicht auch noch mal Änderungswünsche kommen oder auch Änderungen seitens der Verwaltung, die sich in den letzten zwei Monaten ergeben haben, noch mal eingebracht werden. Ja, ich könnte jetzt noch mal die Liste, oder ich suche mal noch, also ich hatte vorhin mal angefangen, die Liste für, was erbringt der Landkreis so für Leistungen und wozu braucht er diese Finanzierung auch. Das geht natürlich auch über das Gesundheitsamt, Betreuungsbehörde, die ärztlichen Dienste, die Schuluntersuchung, alles solche Sachen. Also nicht nur, das Gesundheitsamt macht ja nicht nur Pandemiebekämpfung. Es geht über das Bauordnungsamt, keine Baugenehmigung ohne Bauordnungsamt und ohne Umweltamt, dass die vernünftig arbeiten. Je weniger Leute oder je schlechter die arbeiten, desto länger dauert es. Auch solche Dinge, die Jugendangebote, viele der Jugendangebote sind stark von den Gemeinden mit unterstützt, aber im Wesentlichen auch Aufgaben des Landkreises. Also offene Jugendarbeit findet sehr viel durch den Landkreis statt. Kreisvolkshochschule, Kreismusikschule sind alles Leistungen, die auch dazu gehören. Wir können uns, da sind wir so auch im Bereich freiwillige Leistungen natürlich in dem Fall, aber auch hier muss man sagen, wenn man alle freiwilligen Leistungen zusammennimmt, dann sind es vielleicht zwei bis drei Millionen. Also wenn man wirklich alles, was nicht zwingend Pflicht ist und zu harten Einschnitten führt, dann sind es vielleicht zwei bis drei Millionen, die gespart werden können. Vieles davon als Einmaleffekt. Das ist also alleine das, wir gönnen uns hier nicht übermäßig viel. Die freiwilligen Leistungen werden so bei 1,2 Prozent eingeschätzt oder eingeordnet. Das ist, erlaubt sind so eine Spanne oder vorgesehen eine Spanne zwischen 1 und 3 Prozent. Also da schrammt der Landkreis am unteren Rand. Da gibt es jetzt auch nicht große, wir gönnen uns da mal was oder wir haben uns da in der Vergangenheit so viel gegönnt. Wir laufen hier auch tatsächlich auf eine oder immer weiter in eine Spirale der chronischen Unterfinanzierung hinein, denn wir haben natürlich in jedem Jahr ein Defizit. Im letzten Jahr waren es 11 Millionen Defizit, in diesem Jahr sind es 18 Millionen bei einer gewaltigen Kreisumlageerhöhung, die dann mit ziemlicher Sicherheit auch ausgelutscht ist, dass sich da im nächsten Jahr, kann man da nicht nochmal was draufpacken. Und wenn Sie das natürlich über die Jahre sehen, bauen sich dadurch Schulden auf, denn das Defizit von 18 Millionen ist ja im nächsten Jahr nicht weg. Und diese Entwicklung von sich den auftürmenden Schulden, die dann wieder mehr Zinsen kosten, das ist ein Problem der chronischen Unterfinanzierung von Kommunen. Da meine ich auch die kommunale Familie, Landkreise und Gemeinden insgesamt, die uns da auch eine ziemliche Katastrophe zusteuern lässt. Und das sieht man ja spätestens daran, dass eben kein Landkreis es in diesem Jahr schafft, einen ausgeglichenen Haushalt hinzulegen, ohne in die Rücklagen zu greifen. Und ich denke, das ist dann schon doch bezeichnend, wenn das in dieser Form passiert und sich da keiner von ausnimmt. Und ich sage das deshalb auch nochmal an der Stelle, als Landkreistag, also sprich als der Verband der Landkreise in Sachsen-Anhalt, verheilen oft die Kämpfe, die wir da auch führen mit der Landesregierung oder auch die Lobbyarbeit, die man dann natürlich beim Landtag, wo es ja um die Haushaltsgesetzgebung geht, macht, dass da vieles verheilt. Deswegen sage ich es auch an der Stelle nochmal ganz ausdrücklich. Jetzt habe ich sehr lange über Haushalt und allgemeine Dinge dazu geredet. Gibt es Fragen oder wo man es nochmal pointierter zusammenfassen soll, dann gerne in Ihrerseits. Herr Hauptmann. Sie hatten über die Straßenbaumaßnahmen gesprochen und dass da auf die Landesfördermittel oder auf die Landesmittel gewartet wird. Was ist denn die dringendste Straßenbaustelle, die jetzt quasi letztes runterfallen würde? Haben wir da schon ein Ranking? Also es geht dabei um Neubaumaßnahmen, auch das ist, also es geht nicht um bauliche Unterhaltung. Wir haben, das muss aus dem regelmäßigen, also sowas wie die Asphaltdecke erneuern. Das ist eine bauliche Unterhaltung. Das ist etwas, was aus dem Kreishaushalt bestritten werden muss. Das wird mit einem jährlichen festen Betrag, der aber auch nicht, der eigentlich deutlich gesteigert werden müsste, aber eben auch nicht gesteigert werden kann bei dieser Situation, finanziert. Es gibt eine ganze Reihe von Brücken, die sind aus den 1900, die sind über 100 Jahre alt. Die halten jetzt auch noch vielleicht ein Jahr, aber dafür werden diese Mittel eingesetzt. Es gibt Straßenprojekte, die auch schon seit vielen Jahren vorgesehen waren, immer wieder auch ausgesetzt wurden, wegen Unwirtschaftlichkeit oder eben weil die Mittel dazu fehlten. Dafür haben wir jetzt die 7 Millionen, die wir im letzten Jahr, knapp 7 Millionen, die wir im letzten Jahr bekommen haben, auf den Weg gebracht. Die werden jetzt auch umgesetzt und die sind gebunden. Die Straßenbauprojekte, also ich muss Ihnen jetzt ganz ehrlich sagen, ich habe die Auflistung nach Jahren jetzt gerade nicht im Kopf vor mir. Also ich weiß, dass in diesem Jahr angegangen wird, zum Teil in Planung, zum Teil auch in Umsetzung, Brücken in Iden. Straßenabschnitt Helmerten-Storchau ist eine Maßnahme, die auch schon 2018 und 2019 im Haushalt stand, dann immer wieder rausgenommen wurde. Also wir haben einfach vorhandene Listen oder vorhandene Projekte dann einfach jetzt in die Umsetzung gegeben, als diese Mittel kamen. Die Auflistung kann ich dann aber nur nochmal nachreichen. Die ist im Bauausschuss, also die ist vorgestellt worden, im Bauausschuss und ich glaube auch im Kreistag. Die kann man Ihnen aber gerne nochmal zukommen lassen, habe ich jetzt nicht im Kopf ausführlich vor mir. Schicken wir Ihnen nochmal die... Zwei kurze Nachfragen auf Sie. Sie hatten gesagt, sieben Millionen Euro müssen die Gemeinden jetzt dann, wenn der Hebesatz erhöht wird, mehr zahlen. Wie viel zahlen die denn jetzt ungefähr? Müsste ich, also muss ich jetzt ganz kurz, also ich mache jetzt etwas 42 und wir kommen jetzt auf 48, ich müsste jetzt aber nochmal genau, da würde ich jetzt gerne nochmal genau nachschauen, also aber so in der Größenordnung. Manche Erhöhung hätte sich aber auch ergeben, z.B. Stendhal hätte auch so eine Erhöhung, dieser in Euro eine Erhöhung ergeben von ca. 2 Millionen, allein wenn der Hebesatz gleich geblieben wäre. Also sprich, es gab halt erhöhte Gewerbesteuereinnahmen im Jahr 2021, das ist das für dieses Jahr maßgebliche oder überhaupt andere Einnahmen, das sind nicht nur Gewerbesteuern und damit wäre das jetzt gestiegen. Es gibt die Einheitsgemeinde Bismarck, die in diesem Jahr trotz der Hebesatzerhöhung absolut in absoluten Zahlen weniger zahlt, weil sie halt im Jahr 2021 geringere Einnahmen hatte als in den Jahren davor. Das kann im nächsten Jahr aber sich auch wieder sehr umdrehen. Wir können immer, besonders starke Ausschläge gibt es immer bei Arneburg. Ich sage mal, wenn in Arneburg im Industriepark, wenn dort irgendein Effekt, wie auch immer, eintritt, dann sind es gleich mal Millionen Gewerbesteuerausfälle oder eben mehr Einnahmen, je nachdem. Und dann steigt die Kreisumlage für Arneburg oder steigt oder sinkt um mehrere Millionen Euro für eine insgesamt ja sehr kleine Gemeinde. Und so gibt es also auch so jetzt, sage ich mal, Effekte. Die Gemeinden sind in diesem Jahr unterschiedlich stark betroffen, wie sie in jedem Jahr unterschiedlich stark betroffen sind von der Kreisumlage. Das hängt einfach von ihrer eigenen Steuerkraft ab und auch von dem, was sie dann an Landeszuweisungen bekommen. Das ist immer auch ein Stück weit ungerecht, weil es natürlich heißt, ich steigere meine, ich habe meines Weges eine Ansiedlung oder ich habe mehr Einnahmen aus erneuerbaren Energien als Gemeinde und es fällt mir aber zweifach wieder, ich habe also eine deutliche Steigerung von vielleicht einer Million mehr Einnahmen und es fällt mir aber auf die Füße, weil ich einerseits vom Land weniger kriege, wenn ich mehr Einnahmen selbst habe aus dem Finanzausgleich und andererseits bei der Kreisumlage dann eben auch weiter vorne anstehe. Ob dieses System glücklich ist, und das kann ich nicht sagen und ich glaube, Bürgermeister und Landräte beneiden da an der Stelle die Oberbürgermeister der kreisfreien Städte, wo das alles eins ist und man sich das kurze Tischtuch nicht 30 Mal über den Tisch ziehen muss, weil es eben hinten und vorne nicht reicht, sondern dass man dann einfach klar hat, das ist jetzt ein Gesamthaushalt, Kreis und Gemeinde. Okay, noch eine ganz kurze Nachhake. Sie haben gesagt, Sondersituation, keine Rücklagen. Wie ist denn das historisch zu erklären? Warum haben andere Rücklagen und der Landversteller nicht? Das hat, man hat, also es gibt da natürlich verschiedene. Das sind einmal die Rahmenbedingungen, also die wirtschaftlichen, strukturellen Rahmenbedingungen. Ich hatte vorhin gesagt, der Saale-Kreis kann eben auch mal 20 Millionen für 1, 2, 3 Jahre aus der Rücklage entnehmen, bevor es dann alle ist. In der Höhe wie jetzt 18 Millionen hat es hier nie Rücklagen gegeben im Landkreis Stenberg. Das hat also was mit den strukturellen Daten auch zu tun. Das hat auch damit zu tun, dass auch andere Landkreise in manchen, in vielen Jahren sehr viel höhere Kreisumlagesätze, Hebesätze zum Beispiel hatten, als, oder in der Höhe, wie wir sie jetzt haben, wobei 48 Prozent schon wirklich das obere Ende abbildet. Also ich glaube, das Höchste, was es jemals gab, waren 49 Prozent. Oder zumindest in den letzten 10, 15 Jahren der Zeitraum, in denen wir überschaut haben. Ja, und mit Rücksicht auf die Kommunen hier hat man es eben in der Vergangenheit nicht. Man hat immer so, dass der Haushalt ausgeglichen ist. Dennoch waren die Kreisumlage immer schon, also sie war deswegen nicht besonders niedrig, aber eben auch nie in einer Höhe, dass davon auch am Ende des Jahres was übrig geblieben ist, beziehungsweise der Plan müsste ja jedes Jahr ein Plus ausweisen, damit Rücklagen aufgebaut werden. Und das ist hier nie passiert. Und die Jahresabschlüsse, also sprich die Ergebnisse des Jahres, wenn Mehrkosten entstehen, was ja passieren kann im Laufe eines Jahres, dann war es eben eher, dass es ins Negative ging. Und das seit 2013 gab es wenige Jahre, in denen das Jahresergebnis positiv war. Und dann war es mal eine Million oder auch mal zwei. In den meisten Jahren war es aber deutlich negativ. Ja, 2020 war glaube ich ausgeglichen, da gab es eine Menge Sondereffekte Corona, Sonderzahlungen, die dann aber im nächsten Jahr wieder angerechnet wurden bei den Landeszuweisungen, so dass wir damit im Endeffekt auch nicht so viel gewonnen haben. Deswegen waren uns 2021 und 2022 deutlich stärkere Defizite wieder da. Ich frage mir an, dass es Menschen gibt, die der Landkreis für die Kommunen erbringt und wir haben ja da mehrere Punkte genannt, die unter anderem die Verständler selbst vorher. Es gibt ja, wenn man da jetzt von oben getrafft der Bildkultur zwei Bauordnungsmittel, zwei Rechnungskonzepte, das ist, es gibt zwei Volkskursen und so weiter. Also wäre es nicht jetzt auch angesichts der Klammlage der Verständler ein Gebot der Stunde quasi Fusionsverhandlung aufzunehmen? Also grundsätzlich ja, also gerade was so diese Ämter angeht, gibt es ja die Stadt, also wird sich der Landkreis dagegen nicht sperren. Das ist natürlich eine Entscheidung, die bei der Stadt Stendler liegt, ob man jetzt das Bauordnungsamt oder das Rechnungsprüfungsamt, ob man das selber haben möchte oder nicht, das ist eine Entscheidung, die Stendler trifft. Der Landkreis hat es als Aufgabe, die Stadt Stendler hatte aufgrund ihrer Größe eben irgendwann die Möglichkeit, das zu machen. Das mag auch um eins sinnvoll sein, das will ich gar nicht beurteilen. Ich möchte aber jetzt gar nicht den Druckteil zu tun. Ich denke, in dem Fall macht es, also Rechnungsprüfungsamt und Bauordnungsamt kann es durchaus sinnvoll sein. Am Ende muss aber das, was die Arbeit, die jetzt in Stendler liegt, muss auch dann getan werden. Das wird man effizienter machen können in einem größeren Team. Ob das jetzt natürlich, deswegen bleiben aber nicht die Baugenehmigungen, die in Stendler jetzt gemacht werden, auf einmal liegen. Also der Einsparfakt ist sicherlich da, aber nicht, dass man das im Stendler einfach wegrationalisieren kann und kostenneutral hier aufbauen kann. Trotzdem finde ich das richtig und wir sind ja auch im Gespräch und gerade Rechnungsprüfungsamt ist ja doch recht konkret, ist die Stadt auch dabei, sich das anzugucken. Kreisvolkshochschule und Kreismusikschule ist ja jetzt zur Zeit immer wieder Thema, das auch zusammenzulegen. Da muss man jetzt natürlich zwei Dinge sehen. Da gibt es dann vielleicht eine oder zwei Stellen, die man tatsächlich einsparen kann. Allerdings muss man auch sehen, die Kreisvolkshochschule hat keine Angebote in Stendal und die Stendaler keine im weiteren Kreisgebiet. Wenn man das jetzt zusammenlegt und Kosten sparen will, dann was vielleicht auch kommt und notwendig wird, früher oder später, jetzt im Moment aber gerade nicht der Punkt ist. Wenn man da Kosten einsparen will, dann muss das beim Angebot was passieren. Und das ist jetzt nur vom Zusammenlegen selbst, sparen sich die Kosten noch nicht, sondern sie sparen sich am Ende nur, ob das Angebot anders wird. Und im Moment, ohne es jetzt im Einzelnen genau durchkommen zu können, sind die Angebote, auch was die Musikschule angeht, sind die jetzt also sind das jetzt nicht nur Doppelstrukturen. Natürlich gibt es manche große Doppelt, aber der Landkreis ist eben auch so groß wie das Saarland. Da gibt es wohl auch mehrere Volkshochschulen. Also durchaus weiter überprüfenswert. Kreisvolkshochschule hatten wir auch schon mal einen Anlauf vor zwei Jahren. Aber genau, wir müssen uns klar sein, wenn das zu einem Einspareffekt führen soll, dann wird das nicht das gleiche Angebot sein. Also eins plus eins wird dann nicht zwei, sondern wird dann eben nur 1,5, wenn man da Kosten sparen will. Ansonsten macht es auch keinen Sinn unter dem Kostengesichtspunkt. Und mit 1,5 haben sie dann natürlich weniger Angebote. Also das muss uns dann nur klar sein. Und ansonsten sperre ich mich dagegen überhaupt nicht. Ich denke auch, dass das sehr sinnvoll sein kann. Und wir sind hier im Bereich freiwillige Leistungen, was Volkshochschule, Musikschule angeht, wo wir gucken müssen, das Angebot, die Einsparungen retten in unseren Haushalt nicht, weder der Stadt noch des Landkreises. Und wir müssen natürlich immer auch gucken, was machen wir uns damit kaputt, wenn wir solche Institutionen, das hört ja da nicht auf, wir gucken beim Theater weiter, wir gucken, wenn wir solche Institutionen wirklich alle abschaffen, um dann am Ende zu sagen, so, jetzt haben wir nicht mehr 17 Millionen Defizit, jetzt haben wir 15,8. Da ist sämtliche Vereinsförderung raus, da ist Sportförderung raus. Und wenn wir das alles rausnehmen, dann kommen wir auf sowas hin, das kann, also der Flurschaden kann es aus meiner Sicht nicht sein. Wenn man damit den Haushalt deckend oder deckend hinkriegen könnte, muss man sehen und sagt, okay, in drei Jahren hat man sich dann saniert. Aber die Perspektive wird dadurch nicht wirklich besser. Sie sagten ja auch, das ist ein strukturelles Problem, vielleicht erst unterfinanziert, wenn es jetzt ein Unternehmen wäre, wir vergleichen mit der öfter mit der Gewaltperson, dann müsste wahrscheinlich Gewaltresolvenz auch einnehmen. Und dann ist man ja nach früher, nach sieben Jahren, jetzt ist es so, dass man ja quasi Schulden treibt raus aus den Schulden. Gibt es da irgendein Instrument, was Landkreise in diese Lage ersetzen könnte? Also erstmal ist der Landkreis keine Firma, ich sage es auch an dieser Stelle nochmal. Ich finde es aber völlig richtig, weil der Vergleich kommt oft und er drängt sich ja erstmal auf. Der Landkreis ist insofern keine Unternehmen, was insolvent geht dabei, weil ein Unternehmen würde sich ja sanieren müssen, und zwar indem es Aufgaben abstößt. Und jetzt können wir eben nicht aufhören, wir sagen, wir sind mal für Schulen nicht mehr zuständig, weil das ist nicht profitabel und wir machen den Nahverkehr nicht mehr, da könnte man zwischen 9 und 10 Millionen jedes Jahr sparen. Also ich kriege ihn relativ schnell mit relativ großen Posten hier zusammengerechnet, was wir weglassen, wenn wir uns um die Kinder im Kinderheim alle nach Hause schicken und den ÖPNV abstreichen oder sowas, dann sind die 18 Millionen mehr oder weniger raus. Wenn man mal die Kostensteigerungen aus den letzten Jahren da zusammennimmt, Haushalt saniert. Aber das ist natürlich, das sind Pflichtaufgaben, die müssen gemacht werden, wir sind eben als staatliche Institution auch was anderes als ein Unternehmen und wir haben eben nicht die gleichen Möglichkeiten zu sanieren und deshalb, wir sind hier nicht insolvenzgefährdet und auch nicht vor der Zahlungsunfähigkeit. Das muss man einfach da mal noch zurecht halten, aber der Vergleich mit Unternehmen, ob das nun der Landkreis oder die Stadt ist, der hinkt grundsätzlich genau deshalb, weil eben Leistungen nicht einfach aufgehören, man nicht mit allem einfach aufhören kann, gerade mit den teuren Punkten nicht. Der zweite Teil Ihrer Frage war, gibt es Möglichkeiten, so Entschuldungsprogramme, sage ich mal. Solche Programme gibt es tatsächlich für Gemeinden. Wir haben auch im Landkreis Gemeinden, die das in den letzten Jahren bekommen haben, also Havelberg zum Beispiel hat genau aus so einem Programm keine Perspektive aus den Schulden selbst rauszukommen, wurde vor zwei Jahren, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, aus dem sogenannten Ausgleichsstock des Landes dort eine Entschuldung vorgenommen. Das ist natürlich auch nur eine zeitweise Entkräftung, weil an der strukturellen Situation sich ja nichts ändert, sondern einfach nur die Schulden dann abgetragen werden. Für Landkreise steht der nicht offen. Also bis jetzt gibt es da kein Instrument, was das vorsieht. Und das ist jetzt nicht besonders ermutigend, aber das ist die Antwort auf Ihre Frage. Okay, damit man nicht bei allem, wie das sich so entwickelt, in Depressionen verfällt, ich glaube, ich sehe es weiterhin als meine Aufgabe und als Aufgabe der Kreisverwaltung immer auch zu gucken, was trotzdem geht. Und es geht eben auch einiges. Trotzdem, wir finden zum Teil Wege, wo es eben andere Finanzierungsquellen gibt, wo man Sachen, die auch, wenn sie nicht zwingend, absolut ist allerletzte Notwendigkeit, die auch jeder Genehmigungs- von jeder oberen Aufsichtsbehörde Stand halten, dass man einfach andere Finanzierungsmöglichkeiten findet, seien es dann mal auch Bundesprogramme, Landesprogramme, die auch einen höheren Fördergrad haben oder wo sich dann andere Player mit einbringen. Ich nehme mal das Beispiel beim Thema Wassermanagement zum Beispiel. Da greifen wir zum Beispiel auf Geld aus Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen. Wenn jemand ein Windrad baut, wenn jemand die Autobahn hier gebaut wird, dann müssen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen geschaffen werden, dass man auch daraus, aus diesen Mitteln dann auch was vornimmt. Also, es heißt nicht, dass wir hier nichts mehr machen und nicht vorhaben, was zu machen in den nächsten Jahren, sondern entscheidend und die Kunst ist das, was trotzdem geht. Und ich glaube, da sind bei 20. Jahrestag der Haushaltskonsolidierung sind die Mitarbeiter der Kreisverwaltung auch nicht ganz ungeübt, was das Ganze angeht. Wenn es jetzt zum Haushalt selbst keine weiteren Fragen gibt, würde ich noch zum Thema Ukraine einige Punkte sagen wollen. Im Wesentlichen gibt es hier jetzt nicht viel Neues. Es kommen relativ wenige neue Personen in den Landkreis. Also, es sind weniger als 10 pro Woche und die kommen auch dann nicht direkt beim Landkreis oder werden in der Regel auch nicht über den Landkreis untergebracht, sondern es scheinen dann auch Personen zu sein, die sich hier privat niederlassen oder eben schon durch Kontakte oder Verwandte hier unterkommen. Gemeldet oder ein Aufenthaltstitel erhalten im Landkreis haben 1652 Personen. Das ist Stand 23. Januar, also vor zwei Tagen. Es ziehen dann natürlich auch mal wieder Leute weg. also 1430 von diesen 1652 sind derzeit im Landkreis, wohnen im Landkreis zurzeit. Wenn man das mal auf die Jahrgänge runterbrechen will, dann sind es von 0 bis 5 Jahren 142 Personen oder Kinder in dem Fall. Zwischen 6 und 16 Jahre 346 Personen, also das betrifft praktisch das schulfähige oder Schulflichtalter. Und ich habe es jetzt nur noch mal eingeordnet, 17 plus, also alle Altersgruppen darüber, 932 Menschen. Gibt es dazu noch zu diesem Thema noch Fragen? Bitte, Herr Hafer. Im weitesten Sinne ehemalige Kinder- und Frauenklinik. Wie ist da der aktuelle Stand? Da ist ja nachts immer noch relativ viel Licht. Es wurde ja eigentlich leer gezogen. Was ist da momentan los? Ich kann Ihnen jetzt gerade nicht sagen, wer da nachts Licht an macht. Aber das ist mal interessant nachzufragen. Aber ich fahre da auch nachts nicht so oft vorbei. Was heißt denn nachts, Herr Atmer? Wenn es wirklich dunkel ist. Können wir im Nachgang nochmal. Dunkel ist am Abend. Okay. Ich kann Ihnen das jetzt im Moment gerade nicht. Also ich weiß jetzt, ich wäre da jetzt gerade durch. Ich meine, da muss ja, wie so ein Haus ist, so ein Haus muss ja gespült, müssen Anlagen unterhalten werden und ob das jetzt jemand vormittags oder nachmittags macht, das kann ich Ihnen jetzt nicht. Da habe ich jetzt nicht im Blick. Grundsätzlich ist das im Moment leer gezogen und es wird nicht genutzt. Der laufende Verkaufsprozess, gibt es da ein neues Update? Kann ich Ihnen jetzt nicht was Neues sagen als bei den letzten Malen, das ist weiter im Prozess. In der nächsten Frage, Sie sagten ja, wenn es besser war, war es das nicht für, ich bin jetzt doch gesagt, bei Ihnen, in den Landkreis kommen, sondern auch aus anderen Aktionen, gibt es da einen signifikanten Anstieg? Ja, das ist also die Zuweisung im Bereich Asyl, also sprich, Ukraine fällt ja nicht unter Asyl, da gibt es Zuweisungen des Landes und die steigen an oder sind auch die Prognosen sehr, dass es deutlich mehr werden oder auf einem hohen Niveau bleibt für die nächsten Monate. Gut, Prognosen ist nicht ganz klar, wir haben viele Landkreise sind am Ende ihre Wohnungskapazitäten, das haben wir so jetzt hier im Landkreis noch nicht, wobei natürlich auch da die Frage ist, wie lange, das kann man jetzt auch nicht abschätzen, ob das, es wird zunehmend, gibt es denn mal Anzeichen, naja, also dann müssten wir jetzt eben irgendwann investieren, um neuen Wohnraum wiederherzustellen, also im größeren Stil investieren, das ist im Moment, also im Moment kommen wir da noch nicht an Kapazitätsgrenzen, aber natürlich ist das auch im Landkreis Stendal irgendwann erschöpft. Man ist vielleicht mal nachreicht, muss jetzt nicht beantwortet werden, aber aus welchen Herkunftsländern, wie viele kommen sie in den Vergangenen oder sowas, um dann eine Entwicklung zu sehen? Also, wie die zahlen jetzt, ich habe jetzt die konkrete Woche, Zahl jetzt gerade nicht da, aber es sind deutlich mehr als im letzten Jahr und es ist auch so, dass das Land eben im Moment auch deutlich mehr zuweist, weil die Erstaufnahmeeinrichtungen des Landes eben, also zum Teil sind es ja Provisorien, die Kapazitäten einfach voll sind und deswegen manchmal die Leute sehr viel direkter schon auf die Landkreise verteilt werden, als es eigentlich üblich ist, manchmal eben auch ohne, dass sie schon mal, also ohne, dass die Erstregistrierung vollständig ist und etc., sondern dass die direkt in Landkreise kommen und das führt zu Problemen und Mehrarbeit, die sonst eigentlich nicht mehr da war in den letzten Jahren. Und dass man das mal irgendwann verzeichnet ist, machen kann, nicht mehr mit Herkunftsnationen, muss man sehen, vermutet, dass wir das so überblicklich haben. Welchen Zeitraum, Herr König, haben Sie sich da jetzt vorgestellt? Jetzt mehr als vergangenes Jahr, also vergangenes Jahr wahrscheinlich mehr als vorvergangenes oder so, wie man dann in der Entwicklung sieht, Steigerung von 21, 22, 23, das ist ja nicht aussagekriegt, viel wie es ja kurz, aber oder man sagt, dass jetzt im Januar schon mehr gekommen ist als im ganzen zweiten Halbjahr. Wir gucken mal, dass man irgendwie sinnvolle Monatswerte oder sowas, meinetwegen, wenn Januar 22 und Januar 23 oder sowas, wobei der ist ja auch noch nicht um, also wird schwierig. Wie wird das jetzt so gehandelt? Also wenn Sie sagen, das sind steigende Zahlen, wenn die Leute jetzt hier so kommen wöchentlich, was wird denn mit denen gemacht? Die werden sie ja jetzt wahrscheinlich nicht so ad hoc dann auch in einzelne Wohnungen reinstecken können oder ist hier in der Gemeinschaftsunterkunft in Ständer so viel Kapazität, dass die da alle untergebracht werden können oder wie läuft das? Zum Teil ist es tatsächlich so, dass wir Wohnungen, also das sind Prognosen, avisierte Zahlen und da haben wir Wohnungen, da richten wir Wohnungen für her. Das ist die Praxis auch in den letzten Jahren. Wir haben im letzten Jahr auch den zweiten Block in der Gemeinschaftsunterkunft, der eigentlich schon mal leer war und auch runtergefahren war, wieder ertüchtigt, also da muss eine Heizungsanlage etc. rein, sodass da Plätze zur Verfügung stehen. weshalb ich sage, für den Moment gibt es jetzt kein Unterbringungsproblem, aber das ist jetzt nicht für das, also das kann man jetzt nicht bis Ende 2023 bei gleichbleibend hohen Zahlen und gleichbleibend wenigen Abgängen, sprich Abschiebung etc. kann man das jetzt nicht absehen, dass das das ganze Jahr 2023 so bleiben wird. Es wird eher schwierig, aber für den Moment ist es noch nicht so. Was ist dann der Plan B? Könnte dann auch die Frauenklinik wieder ins Spiel kommen? Die Frauenklinik ist ja für eine dauerhafte Unterbringung nicht geeignet, war sie ja auch nie. Es war ja eher, hier kommen viele Menschen auf einmal an und das zu dem Zeitpunkt ja auch noch völlig ungesteuert. Wir haben ja so gut wie ganz wenige Ukrainerinnen und Ukrainer hierherbekommen über Zuweisungen des Landes, sondern es sind Menschen, die sich auf den Weg gemacht haben, die hier angekommen sind und die erstmal irgendwo unter sein mussten, damit sie erstmal auch Tage, manche waren da auch mehrere Wochen und da war natürlich die Frauen- und Kinderkliniken ein guter Anlaufpunkt und wo man erstmal jemanden, der abends ankommt um zwölf, erstmal Bett, Essen und so weiter hat. Das ist jetzt nicht wirklich eine Unterbringung in Wohnungen oder also auch in unserer Gemeinschaftsunterkunft gibt es ja Wohnungen, die komplett mit Küche, also die eine Küche haben, wo man sich selbst versorgen kann. Die Leute werden da ja nicht nur bekocht und alles und das war ja hier in der Notunterkunft war das ja genauso geregelt. Also insofern, man weiß nie, was noch kommt. Wir haben es geschafft in diesem Sommer, im letzten Sommer ohne Sporthallen etc. auszukommen. Sie wissen vielleicht noch, dass wir, wir hatten eine Sporthalle vorbereitet, da standen die Betten schon nebeneinander, weil dort auch hohe Zahlen angekündigt waren in sehr, sehr kurzer Zeit und vor allen Dingen auch sehr, sehr kurzfristig. hier haben wir im Moment noch ein bisschen Vorlauf und richten dementsprechend Wohnungen ein. Haben da auch die personellen Kapazitäten erhöhen müssen schon beziehungsweise sind da auch weitere Erhöhungen, sind ja auch Teil der, des Stellenplans des Haushalts, wo dann eben auch das angeguckt wird oder wo auch dann kritisch nachgefragt wird, die sind dann eben auch damit verbunden mit diesen, was sind soziale Betreuung und überhaupt die, ja auch die Wohnungseinrichtung und Beschaffung. Also sie erreichen halt wieder neue Dimensionen, dass dann auch mehr Personal braucht und da steht allerdings in den meisten, also steht für einen relativ großen Teil der Kosten, steht da auch eine Gegenfinanzierung über das Asylbewerberleistungsgesetz dagegen. Das sind nochmal so herrliche Beispiele, wenn wir nochmal auf den Haushalt, wenn ich das nochmal so zurückgehen kann, dass einerseits die Kosten für die Unterbringung selbst und für die soziale Betreuung, das gehört zum Asylbewerberleistungsgesetz, wenn sie aber eine Person mehr in der Ausländerbehörde brauchen, um die Fälle abzuarbeiten, das gehört dann wieder nicht dazu, das ist dann eben eine zusätzliche Aufgabe, die der Kreis mitfinanzieren muss, wo es jetzt nicht eine adäquate Mehrfinanzierung seit des Landes oder von woanders her gibt. Ja, und das sind eben so Effekte, wenn die sich summieren über viele Jahre, auch bei vielen anderen Aufgaben, also das Asyl wirklich nicht das Einzige. Dann haben sie, wenn die Kosten der Unterkunft zum Beispiel steigen, dann ist das auch noch mehr, sie kriegen aber nicht mehr Zuweisungen. Dann kommen irgendwann Defizite raus und dann kommen in defizitäre Haushalte und langanhaltende Defizite irgendwann dabei raus. Und das ist ein bisschen der Weg, in dem wir nicht nur im Landkreis Ständer, aber hier eben auch in einer besonderen Dramatik über Jahre schlittern. Okay. Doch, Herr Hartmann, Themenkomplex Ukraine oder auf anderes klasse ich jetzt? Ukraine im weitesten Sinne. Deutschland will jetzt Panzerlikern und die ukrainischen Soldaten sollen in Deutschland unter anderem ausgebildet werden. Könnte das auch bei einer von unseren Kasernen sein? Also liegen mir jetzt keine Informationen zuvor und wenn sie mir vorlegen, würde ich sie Ihnen jetzt nicht sagen. Das verweise ich jetzt an die Bundeswehr da nachzufragen und bei den Kasernen, bei den Standorten selbst. Also das ist einfach nicht auch nicht Landkreis Zuständigkeit, sich da einzubilden. Ich kann Ihnen jetzt aber heute einmalig sagen, ich hätte davon jetzt noch nichts gehört, dass es hier stattfindet, zumal wir hier ja Pioniere ausbilden. Also das Pionierbataillon. Inwiefern der Standort in Glieds da eine Rolle spielt, kann ich nicht sagen. Gefechtübungszentrum kann ich mir schon eher vorstellen. Ich würde gerne noch ganz kurz zum Führerscheinumtausch nochmal appellieren oder zwei, drei Dinge sagen. Führerscheintausch ist durch unheimliche Wellen, der in den letzten anderthalb Jahren gekennzeichnet. Wir haben Wellen, wo die Leute plötzlich ihren Führerschein umtauschen wollen, weil gerade wieder auch medial berichtet wird, beziehungsweise weil jetzt das Datum dran ist. Das letzte Datum für die Jahrgänge bis 1965 war jetzt der 19. Januar. Im November und Oktober hatten wir hier wochenweise sehr mau ausgefüllte Terminkalender. Das heißt, da waren jeden Tag Termine in größten Ordnung frei. Jetzt sind wir wieder so, dass jetzt im Zuge, dass das Datum rum ist, Leute, wir für die nächsten sechs Wochen ausgebucht sind an Terminen. Das ist ärgerlich für die, die jetzt lange warten müssen. Deswegen kann ich dazu zwei Dinge sagen. Wir haben erstens, es macht Sinn, regelmäßig auch wieder auf die Seite zu gucken, weil erstens abgesagte Termine da wieder bereitgestellt werden. Also man kann eigentlich jeden Tag gucken und es gibt auch fast jeden Tag wieder Termine, die an dem Tag erst freigeschaltet werden. Aber auch der Appell an die Jahrgänge 1965 bis 1970, den 19. Januar 2024 frühzeitig im Blick zu nehmen und sich vielleicht schon im Sommer oder Herbst den Umtausch davon zu nehmen und nicht erst dann im Januar selbst zu kommen, weil dann kommen wir tatsächlich in diese Probleme. Und diese Wellen kann man eben auch jetzt nicht anders abfangen, indem ich da mehr Personal hinsetze, weil es gibt eben auch die Zeiten, wo überhaupt keine Auslastung da ist und wir den Aufgaben für die Leute finden an anderer Stelle. Ja, gibt es Ihrerseits noch Fragen? Dann kündige ich nur noch abschließend an, Hochwasserkonferenz in diesem Jahr jährt sich das Elbe-Hochwasser 2013 zum zehnten Mal und da wird es auch wieder eine Hochwasserkonferenz in Präsenz geben. Geplant ist sie in Fischbeck. Das wird am 10. Juni, das ist der traditionelle Tag auch der Hochwasserkonferenz, weil das der Tag des, der Jahrestag des Deichbruches in Fischbeck ist und dort wird es im Zeitraum von 10 bis 14 Uhr wird es da eine Veranstaltung geben, wo sich auch, wo wir gemeinsam mit dem Landeshochwasserbetrieb, der Landkreis, aber auch noch verschiedene andere Landesbehörden und natürlich die Kommunen, die dort ja vor einigen im ostelbischen Bereich besonders betroffen waren, das gemeinsam dort diese Veranstaltung planen. Gab dazu auch schon zwei Planungstreffen, wie der genaue Ablauf ist, werden wir denn, ich sag mal, im Frühjahr bekannt geben und dann auch entsprechend eine Öffentlichkeitsarbeit dafür herstellen. Aber vielleicht an der Stelle schon mal, es wird das auch in diesem Jahr geben und wieder als eine große Veranstaltung in Fischbeck, allerdings nicht auf dem Deich, den werden wir da mit einbeziehen, sondern am Dorfgemeinschaftshaus und dort gibt es ja auch Pläne für ein Hochwassermuseum und auch das soll dann einfach in dem Zusammenhang mit einbezogen werden. Dann danke ich Ihnen für Ihr Kommen, für Ihre Fragen und freue mich aufs nächste Mal.